Hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Final Fantasy X hier mit mir, dem Shardox. Und wir waren das letzte Mal hier stehen geblieben, als Seymour Yuna gerade einen Heiratsantrag gemacht hat, den ich überhaupt nicht toll finde. Und wir gehen uns jetzt einfach mal raus aus seiner Villa, aus seiner bescheidenen Villa, die total bescheiden ist. Ja, wir gucken, was die anderen Leute hier zu sagen haben. Die Leven, überraschend die Barriere der Rache. Es würde Spira etwas zu sprechen, um zu sprechen, um eine Veränderung zu sprechen. Sieht einfach wie ein passender Drei-Dream, wie Oren sagt. Komm schon, wir gehen mit der Pilgrimation. Ich meine, Marahein? Hm, Jealous. Was? Keine Weise. Wir müssen uns die Sinnen verletzieren. Romanz kann warten. Du hast bestimmt eine gute Zeit, um das zu stellen. Vielleicht ist es eine gute Zeit. Bist du ernsthaft? Wenn ich heiraten würde, würde Spira helfen? Wenn es die Leute glücklich wäre... Wenn ich das für die Leute könnte... Vielleicht sollte ich das, was ich kann. Ich habe nie gedacht, etwas zu tun. Aber ich werde nicht antworten, bis ich weiß, was richtig ist. Gerne? Du könntest immer einfach nicht verabschieden und verabschieden. Ich werde. Ich werde weitergehen. Ich bin sicher, dass Lord Seymour versteht. Um, ich glaube so. Ich bin ein Summoner. Ich muss kämpfen und verabschieden Sinnen. Wie Braska, bevor du. Ich musste mich zu stoppen von grünen. Was ist da, was zu denken? Ich gehe auf den Farplänen. Ich werde meinen Vater sehen und über das denken. Geh weiter. Wir sind gleich hinter dir. Ich habe mich gefragt, warum niemand von den anderen fragte Yuna. Du liebst Seymour? Du möchtest ihn sogar? Ja, das ist eine gute Frage. Das ist... Ich weiß nicht. Das müsste doch selbst jetzt eigentlich peilen. Das ist einfach nur total scheinheilig. Es ist einfach nur und... ...fakige Freude für die Menschen. Naja, irgendwie... Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich kann mich nur Titus anschließen. Die Alten wollen die alte... Was? Die Alten wollen die alte Sprache der Gordo einfach nicht aufgeben. Ich habe ihnen gesagt, dass diese Mundart für unsere Gäste unverständlich ist. Was meint sie? Ihr werdet erschöpft sein, müssen von... Was? Ihr werdet erschöpft sein, müssen von der weiten Reise. Oh, ihr müsst meinen sehr meine Sprache sei besonderbar. Der alte Dialekt der Gordo ist es. Woanders werdet ihr nicht finden können diese Art. Ja, da hast du recht, okay. Reisende, die altertümliche Sprache. Verzeiht mir diese meinige Unverfrorenheit. Oh, Alter! Jetzt schmeißt du doch nicht mit Fachbegriffen mir in mein Gesicht. Das ist nicht gut. Ich verstehe da gar nichts nämlich. Egal, bewegen wir uns einfach mal zum Abysium. Wo Yuna dann ihrem Rad fragen wird. Tut. Ja toll, man sollte auch schon den richtigen Weg hier einschlagen. Sonst wird das nichts. Und... Go! Oh, und hier sind auch schon die Illuminas. Was? About this Farplane. When somebody dies, A Summoner send's them to the Farplane, right? So their souls, or whatever they are, They go to the Farplane. Right? But, that's the Farplane we're going to, right? And, Yuna's old man's there too? Do dead people live there or something? Hmm... Ja, schon erschreckend, weil ja, eigentlich theoretisch Monster, warum sollten die nicht in Vision sein, oder? Oder nicht. Oh, da sind die Monster einfach nur die nicht besegneten, die Illuminas, die da Monster sind, keine Ahnung, pscht. Ich bin nicht da, da. Du hast Angst. Schauen wir den Vergangen, um den Zukunft zu finden. Das ist alles, was da ist. Ich brauche es nicht. Du solltest du gehen. Du wirst wirklich nicht sehen, die Todes. Viel mehr wie deine Erinnerungen von ihnen. Die Leute denken über ihre Eltern, und die Pyreflies reagieren zu ihnen. Sie nehmen die Form des Todes. Eine Illusion, nichts anderes. Hmm. Well, have fun. What? You're not going either, Riku? I keep my memories inside. Huh? Memories are nice, but that's all they are. Verständlich. Okay, dann bleib du auch da unten. Wir gucken uns das mal an. Dieser Bekämpfala ist ebense Rigigig. Ich weiß nicht, wie der geht. Ich bin sicher, dass ich mich wseile. Aber in weißen Ahnung. socialesnach зап rearrangem条den. Und dann in weißen Ahnung. Er ist das war weg. Mach pandemia um mich. Was ist das? Die Farplane war cool, aber ich konnte nicht mehr Gedanken über Yuna. Okay, dann sprechen wir mal eben mit Walker. Ja, ich habe das Spiel gemacht. Ich bin ein Guardian von hier an. Dieser Mann sieht viel wie dich. Er kam. Reise mit ihm, dachte ich, vielleicht... ... du war immer noch irgendwo. Wieso ist dieses jetzt wohl so gerade erstaunt? Es ist nämlich so, dass das Bruderherz jetzt nämlich mehr Sachen dazu bekommen hat. Und zwar jetzt, man sieht und staunt. Ich glaube, vorher war nur eins drin, ne? Angriff plus 5%, glaube ich. Und es hat jetzt halt Angriff plus 10%, Nässe schlagen und durchschauen. Damit ist es jetzt, naja, besser als unser Barockschwert. Da wir jetzt auch die HP damit sehen könnten. Aber Nässe schlagen, aber brauchen wir das? Ja, es wäre zur Zeit wäre es ganz nett. Deswegen benutzen wir das jetzt auch. Er ist tot. Er ist tot, und ich bin noch immer wieder жив. Willkommen hier wirklich macht das klar. Ich sollte mehr auf was ich jetzt machen müssen. Was? Ich bin noch nicht sicher, was ich sage. Das heißt nicht, dass du die Chapu hinterlassen solltest? Ich bin sicher, dass er ein guter Mann ist, aber nicht mehr andere. Hmm, das ist eine Möglichkeit. Hmm, wie bei Wacca? Was, ich mit Wacca? Ja, ihr zwei gut geht. Geht es gut. Geht es nicht genug, nicht sogar nahe. Oh, sorry. Mein Fehler. Du bist gut zu erinnern. Das wissen, dass du ein bisschen über Frauen, vielleicht kommen in Hande, irgendwann. Ja, ich werde erinnern. Ich werde nicht vergessen. Ciao, Chapu. Du hast immer gesagt, ich sah grumpier. Aber die waren die glücklichsten Tage in meinem Leben. Lulu, wir wissen doch beide, was du wirklich denkst. Oder denken wirst. So, uh, Yuna? Ich habe entschieden. Oh, wirklich? Das ist gut. Ich erinnere mich, als ich nur sieben Jahre alt war, in Bevelle, der Tag. Mein Vater verletzte Sin, und die ganze Stadt war in den Straßen. Alle waren lachen. Alle sahen so glücklich. Wenn ich verletzte Sin, das würde alle glücklich machen. Das wäre nicht? Das... Ich muss machen, was jeder will, nicht nur was ich. Wir gehen zurück. Du musst sagen, Seymour. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Wir gehen. Nichts, aber sie kommen. Ja, ich mir nicht. Ich versuche, nicht zu denken über meinen altes Mann. Ich habe mich zu denken über ihm natürlich. Sie sagten, es sei. Er ist nicht hier, weil er nicht死亡. Er ist unten. Das bedeutet, dass er lebt, du wissen. Was, wenn mein altes Mann wirklich ist unten? Was würde ich sagen, Yuna? oh take to everybody in Spira wait why should I have to apologize for him anyway I'd rather never see him again what makes you hate him so everything he does just makes me mad it was his fault that me and my mother Ah, Mom? Es ist sie. Sie ist sehr schön. Aber... Wait, niemand hat das Sending gemacht. Sie muss erzureben die Todes, während sie noch alive war. Das klingt schon irgendwie torig, oder? So, I told him what I thought of him right there What? Really? Of course I suppose, but... Mommy! Just a sec, dear Whenever my old man was around, my mother wouldn't even look at me Maybe that's when I started to resent him, even hate him When he left us, Mom just lost her energy Is she alright? Why should you kill her? If she dies, I wouldn't know what to do Don't say Mom is gonna die! I apologize The old lady next door told me When a love bird dies, the one left behind It just gives up living, so it can join its mate It was just like that I hated my old man even more But really, my old man... Mommy! Just a sec, dear I'd go to him He'll cry if you don't Oh, man! Hm? I must sound so stupid I don't think so How embarrassing Well... Need some more time No... I'm ready Did I... Miss something? Hehehe Thanks for waiting I'll go give my answer to Maester Seymour Oh... Oh... Lord Jessica! Oh... Lord Jessica! He does not belong here Why? Yuna... Send him Now... Lord Jessica! He is Lord Jessica no more Send him now Now... Talk later... We leave now But... What was that just now? That really Lord Jessica? I'm... It's jobs He wasn't sent, so he became a fiend, right? Haha! I would think... That he was sent once But he stayed on Spira Something... A powerful emotion... Could have bound him to this world Such things happen That's against the rules, isn't it? It means he died an unclean death Keinen natürlichen Todes gestorben? Hmm... Mysteriös I will go Meet with Maester Seymour Yuna! Jisco... Is the Guado's problem Not yours Um... What? So Lulu... What do you think about Yuna getting married? As long as the pilgrimage continues, either way is fine That's it? What if she doesn't even like the guy? Is that okay? People marry for many reasons What's that mean? Sometimes marriage doesn't require love, you know? Defeat sin and bring joy to the people of Spira Get married and bring joy to the people of Spira For Yuna, they're just two ways down the same road All you need is determination If you have that, you don't need love I don't know Hmm... I just don't get it That's not all Man can with Yuna auch noch mehr... Ach, with Yuna... With Yuna... With Lulu auch noch mehr bekaspern Wo is'n die jetzt? Unten, or was? Here? Da? Huh... Hmm... Lulu? I've talked enough about that What? I'm sorry, just forget about it Jeez, grumpy You'll understand, one of these days I just don't want to give it words, not yet I shouldn't have to say this, but don't fall in love with her I know I think I love her Ohne you, Lulu We'll take the middle one I see... But... You must keep your feelings inside Until the pilgrimage is over Oren We leave as soon as Yuna returns I trust you'll be ready Hm, okay, alles klar Walker For a while there I was a little worried about what was gonna happen, yeah? Noch was zu sagen? I'm a little worried about Lord Jiskal I wonder if Maester Seymour has heard Hm, Seymour Oh... I mean, we just need to go just back I think she'll just go just back I think she'll just go just back My! Was the lady summoner not with you? No, she's at Seymours' place That's Maester Seymour Or Lord Seymour Oh, I'll be careful Sorry That's all right Oh... Maester Seymour left Guado Salaam a short while ago You serious? I believe he went to the temple in Makalania Maester Seymour is also the high priest of that temple Woah, I gotta tell the others Hm, was macht denn Yuna so lange da drin? Ha, ist doch seltsam, oder nicht? Geht quelques chutes 9 9 10 13 35 Herr Giskill, bitte sag mir, was kann ich tun, um zu helfen? Yuna, gehen wir! Sie sagen, Seymour ging zum Makaraini-Temple. Makaraini-Temple. Ich? Was ich nicht verstehe, ist, warum der Lord Maester geht, ohne einen Peep zu gehen? Vielleicht hat er nicht erwartet Yuna so schnell. Ah, das ist wahrscheinlich es. Yuna, was ist es? Oh, nichts. Hm, du bist ein peiner Lier. Es ist wahr, es ist nichts. Komm, wir gehen. Okay, wir machen uns auf. Aber nicht jetzt, erst im nächsten Part. Jo, wir machen eine kleine Pause und ich sag mal, bis zum nächsten Mal, bis dann, stay emotional. Tschüssi!